Krash TV, Score of the Week, AFL Woche 9 Nummer 1, 64-Jahr-Pass von Cary Grossart auf Johannes Prang. Nummer 2, 17-Jahr-Pass von Kyle Newhall-Caballero auf Jan Dundacek. Pass auf die Nummer 11, Touchdown, Panthers. Nummer 3, 36-Jahr-Pass von Cary Grossart auf Thomas Heider. Nummer 3, 36-Jahr-Pass von Cary Grossart auf Jan Dundacek. Und kommt in die Endzone, Touchdown gegen das Liga Tom Heider.